So, hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Runde Leech of Legends. Tja, mit uns spielt heute der Schröck. Hoi. Der Hugo. Jo. Der Finn, dessen Name ich unten nicht aussprechen kann, deswegen nennen wir ihn einfach Tamagotchi. Tamagotchi? Abend, Leute. Astrein. Und meine Wenigkeit, der Hagi. So, nun wollen wir mal schauen, was das Ganze hier wird. Und wir haben Random Bob dabei. Ach ja, natürlich, nicht zu vergessen. Unser hier Krusty, wie er heißt. Der Brand. Kraustl. Oder Kraust. Okay. Ein Krausty. Sollte schon Krusty heißen. So, was sagt Konfuzius? Oh, muss ich gucken. Konfuzius sagt, der Mensch hat drei aller Wege, klug zu handeln. Durch Nachdenken ist der Edelste, durch Nachahmen der Einfachste, durch Erfragen der Bitterste. Das waren feine Menschen. Boah, jetzt können Hugo und der PC von dem gegnerischen Sion sich ein Battle leisten. Nein, Mann, Alter, mein Hamza ist Profi. Extremrat voraus, ja. Aber sowas von... Ei, 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 ei. Hat er keine Verbindung mit Sion oder spielt er wirklich auf dem C64? Er hat 9%. 10. Ja, das sehe ich auch. Oh, Mokana. Wer hat ja jetzt einen Boost-Knopf gefunden. Jetzt geht's ab. Haben wir gegnerischen Jungle? Nein, haben wir nicht. Das heißt, ich werde zwei oben haben. Ei, 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 ei. Tja. Danke. Gesundheit. So, wir sind alle Bobs. Deswegen brauchen wir auch nicht viel erwarten hier in dem Video. Also, derjenige, der irgendwelche Pro-Gamer sucht, wird hier wahrscheinlich an der falschen Adresse sein. Außer Hugo. Was kann Konfuzius eigentlich zum Tod? Ich hab keine Ahnung, man soll... Ich glaub, ich suche jetzt ja ewig lange Konfuzius-Sprüche raus. Ja. Aber es ist ein Trinken, klappt so weit bei dir, ja? Ja, natürlich. Du hast angefangen, das musst du doch beenden mit Konfuzius. Genau. Es kann für, ähm, 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 ja, Begleitung, musikalische Begleitung sorgen, wenn ihr möchtet. Nein, ich kann nicht singen, aber ich hab dann hier... Okay. Okay, Konfuzius auf der Gitarre. Nee, das ist ein Keyboard, aber ist auch okay. Ich hör's ja wie ein Klavier, was grad die Treppen runtergefallen ist. Aber es geht los. Ähm, blö, ja gut, ich versuch da halt mal ne Runde zu tanken und so. Spiel doch mit mir. Na, Gang, gehst du junglen? Ja, ich geh junglen. Hab ich da eben schon mal gesagt. Na, er hat da andere geschrieben, unser Brand. Ja, ich weiß nicht, ich versuch's nur zu identifizieren, was da steht. Nein, du musst das... Ich hätt das andere Film mal aufnehmen müssen, wo er zu mir sagt, du kannst mit deinem Mumu nicht tanken, du bist ein Magier. Ah, okay. Das wär mal geil gewesen. Also, das ist unser Random-Bob. Da haben wir nochmal Schrick als Fisch. Und Tamagotchi mit seiner... Damagotchi mit seiner Dings, der Boomster hier. Tristana. Ja, bitte geht mal lieber hier unseren Jungler-Deffen, Leute. Ja. Der ist ja eigentlich ganz nice. Brand-Deft doch. Irgendwer sollte vielleicht noch pullen, ich weiß es nicht. Ja, der Brand. Nein, Hugo, du bist Pro-Gamer. Ja, Mann, scheißer Pull. Genau. Burst ihn einfach, Mann. Ich hab nur Boots, Mann. Mit Boots kann ich das nicht ohne Pull. Dann würde ich mich danach richtig schön, ja, hinterrückst Dental attackieren. Am besten steht Finn. Finn kann voll ins Geschehen gleich eingreifen. Press D to dance. Das musst du auch an alle schreiben, mein Freund. Ach so. Verdammt. Unser Brand macht das schon. Ja, ihr seid mal pullen. Hast rein. So. Wohin gehen wir? Wohin hab ich hier oben? Wer war das gerade? Boah, ich hab den gecrittet. 110er Crit. Boah, immer, immer. Geht's set. Dankeschön. Sion und... Ach Gott, oh Gott, das wird geil hier oben. Mein Tower wird so schnell weg sein. Guck. Ja, wir haben hier unten Soraka und... Bottom Gang. Oh, da kommt der Gang. Ast rein. Ich hab von 10 möglichen Last Hits einbekommen. Ja, ich bin Level 2. Weg, 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 weg. Hauert. Komm mit Level 2 nochmal. Ich bin Level 2. Ja, ich aber noch nicht. Deswegen bist du auch kein Pro-Gamer. Ja, Mann, du sagst, komm mit Level 2 nochmal. Naja. Ach so, okay. Komm mal, wenn ich Level 2 bin. Gut. Aber kann ich's nicht machen. Ich komm aus, wenn du an Level 4 oder 5 bist oder so. Boah. Flash geused. Das war hart Problem. Komm. Hey, sterbe. Hör auf damit. Okay, okay. Ich bin, was hältst du von dem First Lot? Und gleich hab's die Gegner. Oh, no. Hier. Nein, Brogui. Wenn wir gestorben haben, wir sind. Oh, und ich hab's jetzt nicht auf Video. Scheiße. Alter. Ey, mach das schon, da. Ich mach die Knife drauf. Der hat hinter den Tower. Hat noch... Finn, sag mal was. Ja, ist ja gut. Halt die Schnauze. Boah, Shibari, das wüsste ich jetzt hier. Ich hab den Fall. Also, was willst du? Ich tausche Töler-Gotti gegen RANDOM. Ja, kann ich. Oh, dein Life sieht aber schon respektvoll aus. Ja, ich sag doch, mit Boot anzufangen war keine so gute Idee. Aber lauf nicht durch den Busch. Lauf nicht durch den Busch. Ich geh da hin. Lauf nicht durch den Busch. Warum? Boah. Kamagotchi, komm. Ey, sie und es ist. Blieben kloppen. Spiel doch mit uns. Oder so Raka, ich ja wein. Ich sag noch, lauf nicht durch den Busch. Warum nicht? Alter, wie viel hatten die? Bis war, Alers. Wohin gehen wir? Ja, die hat... sich selbst geh hier, ihren Zauber... dann nochmal... Oh, 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 oh. Hey, der geht nur auf seinen Kills. Ey, ey, guck, der geht nur auf seine Kills. Da lässt Finn alles völlig kalt. Die Golams zweiter Versuch, okay. Ja, verdammt, Fresse. Ich hab dir die ganze Zeit nicht durch den Busch. Ach, resetten die sich denn, oder was? Ich bin gleich da. Kannst backgehen. Nee, ich hab ein schmaler Heiltränke. Gangplank hast du ganz kurz hier oben. Ach, du bist schon unten. Okay, Mitte. Nee, ich komm gleich hoch. Keine Sorge. Du musst kurz übernehmen, weil ich müsste mir den Anhänger holen gehen. Ja, ist okay. Ich bin noch gleich da. Wohin gehen wir? Kannst schon mal backgehen. Sack, der R und der Tower war da unten. Nee, geh doch back mal. Okay. Aber die Scheißversal muss ich wiederholen hier. Alter. Die Hiderschnappe geht hier langsam. Ich hab kein Mana für irgendwelche Krabben. Ich hab doch gesagt, ich muss zurück. Du machst das Gangplank. Ich vertraue dir. Soll ich hierbleiben? Ich hab kein Mana. Ja, da sind wir schon zwei. Alter, Rehmann schreibt mich. Nee, jetzt können wir nicht. Ja, mich hat's voll ausgestauen wegen dem Panas. Deswegen nehm ich auch auf. Spiel doch mit mir. Ich geh jetzt einfach weg. Gangplank, du machst das schon, ja? Ja, ja, ist so gut. Ja. Mal gucken, was er geschrieben hat, ey. Was macht Brand mit der SS? Vorsicht. Und, Ignat? Ja, natürlich. Ja, ich hab ja auch. Du nicht drauf gehauen und dich noch krepiert oder halt irgendwelche komische Aktionen gemacht. Gangplank, was machst du da? Oh, nice. Was geht? Mitte ist übrigens wieder da. Doppeltötung. Sehr nice. Ja, wir müssen noch schreiben könnten. Wohin gehen wir ja? Oh. Aber dass die beide oben seid, würde ich mal nicht sagen, oder? Wie bitte? Ich sag, dass die beide da unten oben sind, würde ich jetzt so nicht sagen. Also, Automanas. Oh, no's. Oh, hat die schon einen Stiefel, ey. Die sind einfach gekonnt ignoriert. Okay, die beiden leben wieder. Oh, ich hab jetzt nur Ulti, weil er braucht immer schreien. Machen wir. Ich glaube, in der Mitte braucht wer. Ach, das bist du. Wer war das? Das war Ricky, ja. Nein, sie verfolgt mich. Das ist ein Drachen. Hey, ich zeig dir mal einen Trick. Ich zeig dir mal einen Trick. Achtung, die oben ist einer SS. Lass mich mal wieder einschmeißen. Okay, ich werde da. Ich steh'n hier eh nur am Tower. Jo. Wie läuft's bei dir um? Soll ich bei dir mal vorbeigucken. Pff, wenn du mal stößt. Alles geschillt. Einer hockt im Busch. Mann, Mann, lass mich umganken. Ich bin Gank-Gank. Verstehst du? Ich weiß, schlechtes Wortspieler, aber ist egal. Ich hab mir auch gar nicht überlegt mit Fizz, aber das geht irgendwie nicht. Der Sarka. Achtung, da kommt was, äh, und so. Ja, wo runter? Nee, Gang-Pack entgegen. Spiel doch mit mir. Da kommen ja rein, wenn was geht. Ossi. Kann unser Random Bob eigentlich dann Easy? Kann das sein, dass ich bei den Golemses? Komm, wir gehen mal gucken. Suchen wir uns Freunde. Soll? Ja, sind sie nicht. Ignite? Keine Ahnung, wo die ist. Ich geh erstmal kurz back. Oh, Leute, unten. So, war's gut. Hat er mein Pinken verstanden? Falsch verstanden? Wow, ich bleib mal oben. Gang-Pack mach du mal. Ja, ich muss erstmal mehr mein Röttchen machen. Äh, ja, ganz ruhig. Kein Stress. Ach, warte. Was ist ich jetzt hier zu sagen? Ich komm mal. Ich bin nicht. Alter. Hast du eine Ulti oder so, Deck? Ja, hab ich. Dann schrieg ich mal eine Klasse, Obo. Okay. Jetzt los, los, los. Ja, fünf Sekunden, doch, bis von da ist er. Wo ist er? Hier oben. Ich kann keinen Reelung zum Gehördchen machen. Ach, komm schon. Und, der war doch getroffen. Beeman hat zwei Teulche und Schuhe. Buko, wie gesagt, du spielst hier nur mit Bobs. Na. Jetzt? Ach, der ist da drin. Okay. Warte auf, wir waren noch nicht. No. Ich bin nicht down. Na, komm. Ja, das hättest du, King. Nein. Komm. Ich fäng die. Einer ist im Busch. Unten rechts. Boah, was? Ich hab kein Mana. Für irgendwelche Faxen. Einer ist im Busch. Ja. Nein, ich hab kein Mana. Hey. Ach, leck die Katz. Triff mir mal schnell. Hinter dir, Sion. Sehr schön. Oh, jetzt aber. Ja, ja, ich helf dir. Ja, warte. Oh, ich hau ab. Jungen, jungen. Das ist jetzt mal fahr nicht mit den Anhängern der Lesungen. Ohne Kack. Einer Top SRS. Ach, scheiße. Ich geh mal, oder? Guck mal, schon die Clips. Das hört sich gut an, Leute. Ja. Ähm, was wollte ich sagen? Inhalten, schon wieder ein Killdeal. Ich würd sagen, ich bräuchte diese Mercos-Schuhe, oder? Ziemlich viel AP, ne? Oder ist hier? Ähm, geh mal lieber davon aus. Guck mal, die haben drei Stunts, so nach dem Motto. Deswegen sind die Schuhe auch ganz gut. Ninja-Tappis? Nein, 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 die Mercos. Ja, mein ich ja, okay. Das ging mir jetzt nicht mehr wegen AP, sondern wegen CC. Okay. Okay. Spiel doch mit mir. Loll. Ah, los, schlappt ihn durch. Hier, Finn und so. Geht mal nach oben entgegen. Ja, ja, genau. Sehr nice gemacht. Okay. Rar. Wir werden das wahrscheinlich sehr in der Absammlung bringen. Okay, okay. Ich bin alleine, ich passe hier auf. Äh, nein. Doch. Doch, doch. Ich denke ich. Nein, 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 er meinte einfach, dass du unten ganz gut hast. Ja. Das ist schön für ihn. Meine Fresse. Yo, top-notch, ihr seid Fug, ey. Wir, wir haben die ganze Zeit, Dragon, die ganze Zeit. Gangplank, hau mal deine Ulti hier zum Verbündeten. Ich bin tot. Okay. Jetzt kann ich. Ja, hier oben. Alter, will you mal kein Dammish lassen. Ja, ey. Suchen wir uns frei? Ja, gut. Hol dir den Scheiß-Zion, hol dir den Scheiß-Zion, Mann. Der ist, der ist nicht. Oh, komm, das Wackel-Troffen. Junge, der war so super, weil ich mir vorher aufreißen muss. Oh, genau. Ich hatte mich auf die Shyvana konzentriert. Na, scheiß doch auf die. Lass mal jetzt frischen, damit wir uns dann bauen können. Okay. Das war's nämlich jetzt für dünn. Nice. Ja, das sind meine sehr gehassten Krillpunen. Ich find's so geil, weil ich dich nicht als Gegner habe. Fängen wir grad den Tower? Ja, ne? Ja, geh weg, so ich denke, ich hab meine Leere live und so. Was sind denn da Minions, Junge? Die waren vorhin aber nicht da. Die waren vorhin, die waren vorhin, die waren vorhin, die waren vorhin. Da kommt die Sion. Da hab ich die Reaven schon gebashed. Oh, Harvi. Oh, Harvi. Was denn? Der hat's dann. Kann er. Ich hab das und das. Das und das? Und Genis? Hey, die haben's load. Hm, die haben alles. Hey, die haben wir mal. hat aber einfach so glatt was solltet e-pick-flash ich bin dreimal der Mann im ganzen Spiel aber Gott schiebt was machst du da was habe ich mich überhaupt gekauft er opfert mich die ganze Zeit und warum brauche ich mir das überhaupt gekauft Sion hat seinen Stuhl kaputt gemacht was wollte ich mir denn bin ich total knülle? Spiel doch mit mir! Ja, topes allgemeines Essen und so, ne? Pass also auf! Finde, ich warst auch nicht so ganz verstanden dass der Kitsch nicht getroffen hat Wo muss ich den Sion oben holen? Gangplank, kommst du? Schick dir eine Höhle drauf, mach Ja, ganz schuldig, ich bin noch ein bisschen weg Ja, dann kannst du auch rumlaufen Deswegen, ja Obwohl, ich hab einen Boost das dauert lange oder ich hab lieber unten Macht nix, ich trinke solange hier noch einen Kaffee Wow! Ach, guck, das bin ein alter Spiel Hau ab, eh, ohne Witz Oh, lol Okay Da müllt die hier im Busch rum Gibt's ja mal gar nicht Äh, Achtung, da kann was von hinten in die Mitte kommen Finn, hau ab Die Shyvana kann runterkommen, mitte Ja, ich bin gestunt Ey, was? Was hatten die noch alles? Man hat hier Ulti und noch Nupil, oder was? Ja Das könnte ich Alter, Finn, ich sag, geh weg Ich bin doch schon Ich hab ja erst gesagt, ich bin sofort hochgelaufen, als ich wieder konnte Ich hatte aber keinen Spiel doch mit mir Ja, gut, wir müssen ja den Gegnern auch wenigstens eine Chance lassen, soll ich? Ja, aber das ist mein zweiter Boot, ich hab keine Lust mehr, ich geh nach Hause und dann sollte rein Ja, wir müssen, ja, wir sind rennen jetzt hier auch, es bringt doch alles nichts mehr Ein 17 Neunmann ist verloren Oh, ist noch zu früh zu aufgehen Ist noch zu früh zu aufgehen? Hey, wir haben Tower verloren Einen Turm zu schützen Und dann noch einen Tower verloren, ja, Freunde, das bringt nichts mehr zum Leid Ja, Genosse Tamagotchi ist hier nie Also der Tank verabschiedet sich Weil Grant immer versucht zu ganken und ich an der Mitte halten möchte Du musst gar nicht Ja, ja, nein, 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 nein Ey, das hat das Confucius auch gesagt, müssen tust du auf Toilette Naja, bestimmt Was? Ja, ja, geht los Das ist gut zu, dass da immer irgendwas mit edlem Weg gelabert Also Boah, jetzt kommt der und Kind Tja, woher gehst du das, Junge? Geh mal, Leute bashen Ich weiß nicht, wo er ist Wo sei denn? Wo, 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 wo? Geh wir jetzt in die Mitte fashion los Ja, doch Bin doch schon unterwegs, Mensch Wir haben noch ganz viel hier dabei, aber Alter, dann rein dich dich halt auch noch Nee, ich glaub's nicht Ich hab doch weggeflasht, ich hab's geschafft Wir rennen jetzt weg Komm, komm, gleich los,i Hab ich doch, Gartol schon besser Ist Achtung da unten Hör auf euch sind Riven und Komm, 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 komm Die könnten jetzt zu euch kommen Ja, ich hoffe, dass es die kommen Wir wollen davon da Die klachten sich am Brand, bitte Suchen wir uns freilenden Ach, Mann Ich geh hoch Ich bin schneller da Ja, dann Okay Na, lass mal mit ein bisschen buschen Ich laufe ja schon Das ist krass Die Ergepingt Krass 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 Falls du das Video hier siehst Ganz chillig, mein Freund Alles wird gut Hoffe ich zumindest Sagte er und sah das verloren Auf dem Bildschirm Alter, Vater Da kommt die auch noch an Gegnerische Morgana ist aber auch ein bisschen pro, ne? Hat die World schon gesehen, Cash getroffen? Ja, also gerade hinter Ja, komm zu mir, komm zu mir, komm zu mir Ich bin on the way Lauf, Kräule Ja, was denkst du? Kriechen, oder was? Wenn das weg da Warum? Weil ich nicht da bin Ich bin irgendwie zu dritt sind Okay Hauen wir ab Ja, ich geh da mal Helfen wir? Helfen wir? Ich kann, ich kann nicht, ich kann nicht Irgendeine andere? Ja, Gangplank chillt da irgendwie in der Mitte Und spielt da mit anderen rum? Ja, mit Morgana und Shyvana, ja, ja, komm Junge, Junge, Junge Tötet das einfach, tötet das einfach Tötet das einfach Tötet das einfach Ja, passt schon Ich glaube, das ist ein Null ist das Ich glaube, hier alle raus, ja, Ulti, Kuhzone, N, Autohits, Mann Ich hab auch Ulti getündet War gerade top der Sion, oder habe ich mich da verguckt? Komm mal, wir haben mit hoch Nein, bleib unten Warum pinkt der immer mit Zurückziehen, der Vogel? Ich weiß es nicht Oh, er hat's gelernt Er hat uns gehört Sieht ihr das Video schon? Naja Tristana, komm mit Mitte Komm mit Rute So, Hugo, du machst das Team-Captain Auf dich wird jetzt hier gehört Auf mich hört hier ein EKI-Mash Geil Kommt hier, bitte Bitte, bitte Kommt, komm mit Ja, ja, ich bin da Ich will warten, dass der Rest da ist, bevor der Reichter hat Ach, Gott, meine Ulti ja, 45 Sekunden Nein, ey, wir sind auch drei Ja, meine Ulti, 45 Sekunden und so Na, dann los Ach, komm doch Ja, Mann, komm mal was raus Hey, das war MEINER Ja, ich weiß, wie es mir erzählt Ja, ich weiß, wie es mir erzählt 5 Sekunden habe ich Ulti gekriegen, die nur 100%ig Ach, oh, so ein Hauer, top Ja, sie waren auch mit dem Dschungel rum Ja, ja Oh, ja, meine Skillsshots sind heute derbel Derbel, wo und so Ich schaue jetzt mal ab hier Jetzt hat er aber getroffen Kommt hier? Ich meine, es war ja auch nicht schwer Ja, aber ich muss die ganze Zeit in Hauer holen Ihr habt das super gemacht, Freunde Ich bin stolz auf euch Ey, guck mal, Finn, da wollte ich Ulti von Lasti gerade Ja, ja, was ist die ganze Zeit? Bei mir unten auch, ey Ja, Finn, das ist nicht lustig Das mache ich nicht Nein Ich geh Bot-Tower Ich geh Bot-Lane Ihr pusht Ich mache eh keinen Schaden Ich auch nicht Oh, braucht ihr Hilfe? Wartet Ich geh noch rein Ich geh noch rein Er ist Der tault zu euch Na ja, Hugo hat auch mal einen Kill Ja, Dito Haut ab Lauft weg Ich dachte gerade Krass Junge, kennt ihr das nicht? Ich dachte gerade, krass Die hat uns doch gefohlen Ähm So Ja, passt Natürlich Unser Hagi ist noch gar nicht gestorben Warum denn auch? Da merkt man ja Es tankt mit voller Seele, ja Ich hab sechs Assists Was wollt ihr? Ja, okay Du hast neun Das ist immer mehr Reinsprings Das ist immer mehr Reinsprings Okay Ja, sorry Meine Ulti hat noch zwei Minuten Abklingzeit Oder hat immer Egal Du hast Bandagewurf gestern Da auch kurz Okay Und sonst hast du Heulen Was permanenten Prozentualschaden macht Und deine andere gut am Zeitraum Alles klar Ja, so ist oben Top Tower und so Alle mitkommen bitte Alle sammeln Welcher Top Tower Da ist ein Tower oben, ja Naja, Top Lane meine ich Kommt der Rest auch bitte? Tank Plank ist da So So ein bisschen Fluss dann Alter, Finn Kommt ihr? Ja, ich bin gleich da Ich bin fast tot Aber okay Ja, Mann, Finn Hau du mal ab Ja, okay Man kann nichts sagen, dass ich Gestealed habe Nein, aber die anderen Zwanzigmal davor Auch nicht Auch nicht Na, okay Na toll Schön, Schreck Und ich hab's jetzt nicht Ich hab's jetzt nicht Nichts mehr für bekommen Wirklich nichts mehr für bekommen Nicht mal ein Dankeschön Bitteschön Danke Aber nichts ist besser als gar nichts Na, wie war das nicht besser am 3-1-8, ja Genau sieht's aus Sag Konfuzius Na, Konfuzius Also, sah echt böse aus Na gut, damit verabschiede ich mich erstmal aus dem Video Mensch Erstes Video Erster Sieg Hast rein Also, tschöy 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 Tschau Hugo Sagst du auch tschüss? Hallo, Konfuzius raus Was, was? Nein, ich war am Trinken Tut mir leid, tschüss und so Hahahaha 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 Hahahaha